Das Megawatt ist ein Abseilgerät für Industriekletter und Rettungseinsätze mit einer Nutzlast von bis zu 200 Kilogramm. Hallo, ich bin Lukas, Produktmanager bei Edelred. Die intelligente Übersetzungsmechanik im Hebel ermöglicht einen großen Bedienbereich, exakte Dosierbarkeit und das bei minimalem Kraftaufwand. Der kompakte Hebel springt automatisch in die Parkposition zurück und steht somit nicht über. Der Hebel besitzt zudem gummierte Einsätze, die optimales Handling auch mit Handschuhen ermöglichen. Die mitgelieferte Schraube ermöglicht den Einbau des Megawatt in ein geschlossenes System. An den abriebsgefährdeten Stellen hat das Megawatt Stahleinsätze, was die Lebensdauer des Produkts erhöht. Dabei wiegt das Megawatt nur 495 Gramm. Der Karabiner lässt sich im Megawatt um 360 Grad drehen. Dank des Vierwege-Sicherheitsverschlusses kann das Gerät geöffnet werden, ohne dass man den Karabiner lösen muss. Das Seil wird eingelegt und zwei rote Markierungen zeigen mir, wenn das Gerät nicht richtig verschlossen ist. Um mit dem Megawatt abzuseilen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die man je nach Arbeitssituation und Präferenz wählen kann. So kann man das Bremsseil in die rechte Hand nehmen und mit der linken den Hebel nach vorne drücken. Oder man nimmt das Bremsseil in die linke Hand und zieht mit der rechten den Hebel nach vorne. Für erfahrene AnwenderInnen gibt es die Möglichkeit, einhändig mit dem Gerät abzuseilen. Dazu nehme ich das Bremsseil in die rechte Hand und greife mit derselben Hand zum Hebel. So ist das Bremshandprinzip erfüllt und ich habe eine freie Hand zum Arbeiten. Das Megawatt verfügt über eine Panikfunktion. Diese minimiert das Risiko einer unkontrollierten Abseilfahrt. Aus der Panikfunktion kann ich wiederum weiter abzeilen, indem ich den Hebel nach vorne drücke. Oder ich kann einfach in die Ausgangsstellung zurück. Bei zwei Geräten parallel im Einsatz kann ich diese so ausrichten, dass beide Hebel in dieselbe Richtung zeigen und kann so an zwei Seilstrecken parallel abseilen. Alternativ können die Hebel auch in entgegengesetzte Richtung zeigen. Dann kann ich mit der Einhandbedienung an je einem Gerät mich an zwei Seilstrecken abseilen. Das ist besonders sinnvoll, wenn ich bei auseinanderliegenden Ankerpunkten mich rechts und links positionieren möchte. Auch in einer passiven Anwendung kann das Megawatt benutzt werden, sowohl in einer Low-Point-Anwendung als auch in einer High-Point-Anwendung. Das Megawatt, das vielseitigste Abseil- und Rettungsgerät am Markt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.